Ist der fertig? Ist fertig. Noch einmal ganz kurz. Herr Rodes? Ja. Das ist das erste offizielle internationale... Das ist das erste offizielle internationale Weimarer Hengsen verschenken. Kommt alle ran. Sie hat ihren Hänger stehen lassen. Aka ein Hengsen. Wir wollen diesen Hengsen an euch verschenken. Lass ihn einmal rumgehen. Gib ihm immer wieder. Reib ihn mal an einer intimen Stelle von dir. Lass ihn dir einmal rumgehen lassen. Der muss auch mal ausgehen, sonst ist kein Hengsen mehr da, den man verschenken kann. Ich reib den jetzt an meinem Bein. Du musst den auch irgendwie... Intim reibe den jetzt. So, und jetzt verschenken wir den Hengsen. Hier rein verschenken wir den. Den stecke ich jetzt hier rein. Erstes internationale Hengsen verschenken. Holt euch diesen Schatz. Hat keiner gesehen. Wir sind hier in Weimar auf dem Theaterplatz. Stillerstraße. Da ist der Hengsen. Holt ihn euch.